Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir werden in diesem zweiten Teil von den Kaufempfehlungen der einzelnen Teams, auf jeden Fall heute wieder jede einzelne Mannschaft von den Mannschaften, die letzte Saison im Mittelfeld waren, durchgehen und werden uns mal anschauen, welche Spieler man kaufen sollte, welche man vielleicht eher nur als Lückenfüller nutzen sollte und welche man vermeiden sollte am Anfang, wenn ihr in eure Kickbase-Saison geht. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Lasst mir gerne doch ein Like da und schreibt mir Kommentare. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Unter dem letzten Video haben einige geschrieben, dass es ihnen gut gefallen hat. Und ja, ich freue mich immer darauf, wenn ich mit euch in den Austausch komme und eure Meinung zu dem Ganzen hören kann. Wir starten heute rein mit Hoffenheim. Ja, eine Mannschaft, die relativ durchmischt ist, was die Kaufempfehlungen angeht. Wir fangen an mit Baumann im Tor. Ist ja ein solider Torhüter, kostet um die 10 Millionen momentan. Ja, ich denke mal, die meisten haben sowieso schon ihren Torwart. Wenn ihr Baumann habt, dann habt ihr auf jeden Fall einen Torwart, der euch immer solide Punkte macht, der nicht anfällig für Fehler ist und der einfach Routine ausstrahlt. Ja, der macht sichere Punkte und ich gehe mal davon aus, dass der so um den 90er-Schnitt wird der bestimmt fahren. Da gehe ich mal erstmal von aus. Und das ist relativ solide und von daher auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. In der Verteidigung hinten in der Dreierkette auf jeden Fall eine klassische Abstufung von Zalai, den ich als Kaufempfehlung ansehe. Einfach weil er meiner Meinung nach, ja, er bringt auf jeden Fall viel Erfahrung mit und ist meiner Meinung nach, ich habe ihn auch jetzt nicht spielen sehen, aber dadurch, dass sie viel Geld für ihn in die Hand genommen haben, auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung. Vor allem haben die, soweit ich das mitbekommen habe, auch bei dem Transfer Union, glaube ich, ausgestochen. Und ich denke mal, dass man ihm dann auch versichert hat, dass er Stammspieler ist und dass er ein Führungsspieler ist, dass er dann da auch zocken kann. Und vor allem war in Hoffenheim auch in den letzten Jahren immer Probleme da in der Verteidigung. Die Dreierkette wurde immer durcheinander gewürfelt und ich denke mal, dass er jetzt erstmal spielen wird. Und vor allem ist er mit 8 Millionen auf jeden Fall auch kein Gamble. Er reiht sich eigentlich vom Preis her bei so ähnlichen Preisen wie Kabak und Brook ein und die sind alle nicht gesetzt, hundertprozentig, weil da gibt es dann noch einen Fok, einen Apoguna. Und das begründet auch eigentlich schon, warum die anderen beiden für mich nur gelb und rot sind. Rot ist Apoguma, weil ich Kabak auf jeden Fall auch mit vielen Einsatzschrankungen sehe. Ich weiß gar nicht, wieso die so viele, also ich weiß, wieso die Innenverteidiger brauchen, weil das hinten nicht funktioniert bei denen. Aber sie müssen eigentlich noch welche verkaufen, weil sie viel zu viele davon haben. Brook sehe ich eigentlich noch als gesetzt an. Der hat auch relativ gut gepunktet, das ist mir bewusst. Aber ja, Vogt ist auch eigentlich ein gestandener Spieler von Hoffenheim und der hat immer seine Einsatzzeiten. Zudem kann Grilic noch hinten in der Mitte spielen und Geiger spielt dann. Also ich würde mich da fernhalten von. Und für Apoguma, den ich sowieso eigentlich nicht vor Kabak sehe, wie Liga-Insider das sieht, würde ich mich auch fernhalten. Deswegen ist für mich nur Solloy gesetzt hinten. Ja, kommen wir zu den beiden Flügelverteidigern. Joker-Spieler, wie sie auch gerne genannt werden. Also der Justvan und der Karajrabek, beziehungsweise auch Sko. Ich persönlich sehe Justvan einfach gesetzt. In den Testspielen macht er es bis jetzt relativ ordentlich. Und Justvan ist einfach generell egal wo auf dem Platz in der Offensive eigentlich relativ variabel einsetzbar. Im Mittelfeld kann er alle Positionen eigentlich spielen. Der kann auch Achter und Zehner spielen, von daher ist er für mich gesetzt. Grilic muss ich nicht viel zu sagen. Der ist auf jeden Fall hundertprozentig gesetzt. Hat auf jeden Fall gute Rohpunkte die letzte Saison, die er in der Bundesliga gespielt hat, gemacht. Und gefällt mir gut. Auf jeden Fall eine hundertprozentige Kaufempfehlung. Einer der besten Spieler für 10 Millionen meiner Meinung nach. Ja, Kramaric kann man nicht viel zu sagen. Ich denke mal, der hat das Potenzial zu explodieren. Und von daher kann ich keinem verübeln, den zu holen. Ich würde auf jeden Fall nicht overpayen, besonders weil ich den Preis schon happig finde. Dafür war es ja in der letzten Saison gezeigt. Aber jeder von uns weiß, dass ein Kramaric, der ja auch die Elfmeter noch bei Offenheim schießt, auf jeden Fall ein krankes Potenzial hat. Und von daher ist es eine Kaufempfehlung. Das ist, denke ich mal, klar. Kadeš, Rabic und Sko würde ich mir auf jeden Fall fernhalten. Sko hat gefühlt seit drei Jahren das Potenzial, dass man denkt, er startet nächste Saison und wird eine Banger-Saison spielen. Ob das dann immer passiert, ist immer die Frage. Eigentlich ist er immer verletzt und es passiert eigentlich nicht wirklich. Und Kadeš, Rabic hat in den Testspielen mich total überzeugt. Hat letztes Testspiel Tor und Vorlage gemacht. Ich glaube, im Spiel davor hat er auch Assist oder ein Tor gemacht. Ich weiß nicht, wie viel war eine Torbeteiligung. Ja, also ich denke, dass Kasa, Schrabek und Justwan spielen werden. Mache ich mir wahrscheinlich keine Freunde mit, aber ich kann euch nur meine ehrliche Meinung sagen. Und Sko war ja jetzt auch nicht immer gesetzt bei Offenheim. Von daher denke ich mal, passt das so. Prömel finde ich in der Bundesliga, wenn ich ihm zuschaue, ist er ein super Spieler. Bindet sich super an Spielern, leitet das Spiel, zieht die Fäden da. Aber in Cakebase ist das überhaupt nichts. Und der macht gar keine Rohpunkte, haltet euch da eher fern von. Für ein, zwei Spieltage ist das aber in Ordnung. Ich würde jetzt aber nicht overpayen und den jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht mein Team um Prömel bauen, wenn ich den am Ende da drinstehen habe. Für ein, zwei Spieltage ist das in Ordnung. Man hat vielleicht Glück und er macht einen Assist. Aber ansonsten würde ich den eher nicht empfehlen, weil er auch teilweise bei Spielen, wo die zu Null gespielt haben, hat er nicht mal über 100 gemacht. Das ist für mich nicht so überzeugend. Bebu und Bülter, ja, was soll ich dazu sagen? Also es sind für mich beides Spieler, die nur 100 Plus-Punkte machen, wenn sie treffen. Und dafür sehe ich sie jetzt nicht so torgefährlich an. Also es sind für mich beides keine abschlussstarken Stürmer und beide keine richtigen Neuner. Von daher würde ich da erstmal von fern bleiben. Mir fehlt bei Hoffenheim so ein bisschen richtiger Stürmer vorne, der die Dinger da wegmacht. Und das sind die beiden für mich nicht ähnliche Spielertypen, beide schnell und eher darauf ausgelegt, die Abwehr zu überlaufen, zu kontern. Und für mich auch eher Flügelspieler tatsächlich. Bebu ja auch einer, der oft mal die rechte Schiene gespielt hat. Von daher verstehe ich das nicht ganz, was Hoffenheim davor hat. Und deswegen, ja, die kosten beide um die 10 Millionen. Ist okay, kann man sich von Anfang reinstellen. Würde ich jetzt aber nicht overpaynen und mein Team drum aufbauen. Dafür sind sie mir, wie gesagt, zu Abschluss schwach für Stürmer. Natürlich werden sie irgendwie die Tore schießen müssen, weil Hoffenheim wird Tore schießen. Aber ich sehe das persönlich nicht mit den beiden vorne. Weiter geht es mit Köln. Da sind auf jeden Fall viele Kaufempfehlungen und wenig rote Spieler. Ja, dass wenig rote da sind, liegt einfach daran, dass Kölns Startelf eigentlich, so wie sie hier steht, auch gesetzt ist. Wenn nichts passiert, wird das am ersten Spieltag, so wie es jetzt sieht, die Aufstellung sein. Da gehe ich erst mal von aus. Ja, fangen wir an im Tor. Schwebe war in der Hindenrunde letztes Jahr eine Katastrophe. Die letzten acht bis zehn Spiele war er solide und hat besser gepunktet. Sonst wäre er eigentlich für mich rot gewesen. Ich hoffe, er erhält die Punkte aus den letzten Spielen, aus der letzten Saison, dann ist es okay. Da kann man sich nicht beschweren. Aber er ist ein Teuter, der gar keine Rupppunkte macht. Also wenn ihr wen anders bekommen könnt, holt euch wen anders. Es gibt mit Damen, mit Atolubu, mit Müller, mit Schuhen, auch mit Baumann, so viele, die unter 10 Mio oder knapp 10 Mio kosten. Also ich würde mich von Schwebe fernhalten. Ja, Schmitz ist gesetzt. Allein der Grund deswegen ist er schon gelb. Aber ansonsten würde ich mich eher von ihm fernhalten. Er punktet auch nicht besonders gut. Und deswegen ist er für mich nur orange bzw. gelb. Hübers und Chabot sind einfach unheimlich gute Ruppunkter und unheimlich gute und auch torgefährliche, vor allem bei Hübers, Verteidiger, die immer gut für ein Tor nach einer Ecke sind. Ja, wenn Köln ansatzweise in der Innenverteidigung an die Punkte anklopfen kann von letzter Saison, dann sind die beiden ihr Geld wert. Und ja, natürlich kann man bei einem Chabot mit 17 Mio auch tief fallen. Keine Frage, ich würde beide nicht overpayen. Ich würde sie beide nur für Marktwert holen oder vielleicht ein bisschen drüber. Aber sie sind auf jeden Fall ihr Geld wert, das kann ich euch sagen. Wären mir aber für Köln-Verteidiger, für mein Team auf jeden Fall zu teuer. Es gibt Spieler, die haben da mehr Potenzial einfach noch. Da könnt ihr euch auch gerne mein Video angucken. 15 Mio. Spieler, 25 Mio. Spieler irgendwie da in der Region. Gibt es auf jeden Fall Spieler, die mehr Potenzial haben. Aber die beiden haben, wenn sie die Punkte auf jeden Fall von der letzten Saison wieder replizieren können, auf jeden Fall das Potenzial, euch für das Geld gute Punkte zu liefern. Und das ist ja alleine wichtig. Ich kann sie nicht orange machen, weil sie einfach gut gepunktet haben letztes Jahr. Pacarada sehe ich ganz einfach als Kaufempfehlung. Habe ich jetzt schon oft gelobt. Wird vielleicht auch die Standards schießen. Von daher auf jeden Fall ein Spieler, der mich auch letztes Jahr überzeugt hat. Ich denke mal, Pacarada wurde jetzt schon von allen gelobt. Er wird direkt in allen Ligen gekauft. Ist auch unglaublich teuer mittlerweile. Ich bin mal gespannt, ob er das dann rechtfertigen kann. Aber vor der Saison würde ich erstmal sagen, Pacarada punktet gut. Mehr kann ich zu ihm auch nicht sagen. Wobei ich ihn bei Pauli letztes Jahr überragend fand. Gehen wir weiter auf die Sechs. Jubicic und Martel. Martel punktet relativ gut dafür, dass er so um die 6,5 Millionen kostet. Das ist ein guter Rohpunkt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wird auf jeden Fall gesetzt sein, nachdem Skiri jetzt gegangen ist auf der Sechs. Von daher für mich grün. Also ist ein super Lückenfüller und auch ein super 6 Millionen Spieler. Würde ich mir in jedem Fall kaufen. Jubicic punktet Rohpunkte technisch nicht besonders gut. Von daher auch ein Spieler, der eher über Tor und Assist kommt. Und das ist natürlich schwierig auf der Position. Von daher würde ich da erstmal nur als Lückenfüller drauf zurückgreifen. Waldschmidt, um das Mittelfeld komplett zu machen, wird auf jeden Fall die ersten Spiele starten, weil Ute auf jeden Fall keine Option ist. Von daher Waldschmidt erstmal okay. Ist auch einer, der genau wie die anderen beiden Gelben vorne im Sturm, Meiner und Selke, nur über die Torbeteiligung kommt. Und das ist auch das Problem, was ich mit Meiner und Selke habe. Um sie jetzt grün zu machen, müssten sie nicht nur gesetzt sein, sondern auch konstant mal 100,5 Punkte machen, wenn sie vielleicht gewinnen oder so. Aber das sind zwei Spieler, die wirklich nur über Torbeteiligung kommen. Und das ist bei Köln schwierig. Von daher sind sie für mich nur gelb. Ja, kommen wir noch zu Florian Kainz. Ist einfach mit 25 Millionen extrem teuer. Ich glaube, er kostet um die 25. Ja, ist teuer. Ich habe den Preis ehrlich gesagt nicht genau im Kopf, aber ich weiß, dass er auf jeden Fall eine richtig gute letzte Saison gespielt hat und auch die Jahre davor immer konstant war. Der liefert euch für das Geld und mehr kann man dazu nicht sagen. Wenn ihr Bock habt zu gambeln, gibt es in dem Preissegment vielleicht noch ein, zwei andere Spieler. Aber für einen Köln-Spieler wäre mir das theoretisch erstmal zu teuer. Wenn ihr ihn aber habt, könnt ihr euch sicher sein, dass er auf jeden Fall Spiele dabei haben wird, wo ihr auf jeden Fall um den MVP konkurriert. Ist auch gleichzeitig der beste Spieler von Köln, nur um das nochmal abschließend zu sagen. Kommen wir zu Gladbach. Hier sieht es dann auch wieder relativ solide aus. Ist einfach dem geschuldet, dass Gladbach mittlerweile eine Mannschaft geworden ist, wo alle Spieler um die 10 Millionen kosten. Omnen im Tor hat richtig, richtig, richtig gute Punkte gemacht zum Ende der letzten Saison. Auch viele zu Null davon gewesen, aber bin ich von überzeugt, dass der auf jeden Fall ein hunderter Schnitt fährt nächste Saison. Von daher eine Kaufempfehlung. Nett sollte gesetzt sein links hinten. Von daher auch eine Kaufempfehlung für 5,5 Millionen. Das ist auf jeden Fall ein Schnapper. Ja, hat letzte Saison wenig gespielt wegen dem Benze Baini, der da vor ihm war. Aber ich sehe Nett auf jeden Fall gesetzt und deswegen sollte er auch zocken und viele Punkte machen, denke ich mal. Ich denke mal, der wird für das Geld einen soliden Schnitt machen. Und wenn man bedenkt, dass die Aufsteiger momentan die Stammspielen so viel kosten, ist es auf jeden Fall ein Stil für das Geld, ihn mitzunehmen. Itakura überzeugt mich gar nicht mehr. Der war am Anfang richtig gut, letzte Saison. Ich finde ihn aber mittlerweile echt teuer, muss ich sagen. Also er kostet 15 Millionen. Die 15 Millionen hat er für mich nicht ganz gerechtfertigt in der letzten Saison. Da würde ich auch nicht krass overpayen. Also den kann man sich reinstellen, aber ich finde, Verteidiger die 15 Millionen am Anfang kosten, davon muss man auch richtig überzeugt sein und richtig wissen, da kriegt man richtig geile Punkte. Und das bei Itakura eher nicht gegeben, meiner Meinung nach. Und deswegen würde ich den am Anfang vielleicht nicht unbedingt krass overpayen. Und ich würde ihn mir auch nur reinstellen, wenn ich da irgendwie noch Budget über habe und mein Budget eher ans Mittelfeld stecken oder so. Ja, da kommt noch ein Neuzugang in der Innenverteidigung. Von daher, ich glaube, es wird dieser Wöber von Leeds. Würde ich mich aber erst mal informieren, bevor ich da mehr zu sage. Von daher muss erst mal gesagt werden, dass auf jeden Fall Friedrich noch auf der Position ist. Der ist aber nicht gesetzt und von daher Friedrich erst mal gelb. Wer weiß, was da noch kommt. Ich denke, da kommt noch einer. Und Skelly ist dann einfach rot, weil ich die Punkte von ihm nicht besonders gut fand, letzte Saison. Ja, wir sind mal gespannt, wie es diese Saison wird. Ich würde ihn mir persönlich nicht kaufen. Da sieht man einfach, dass er auf jeden Fall einer war, der letzte Saison einfach nicht besonders gut gepunktet hat. Macht auch einfach keine Rohpunkte. Und deswegen bin ich mal gespannt und hoffe, ob Netz vielleicht das besser auf der anderen Seite hinbekommt. Wir werden sehen. Ja, Weigel ist Rohpunktetechnisch auch nicht besonders begabt. Deswegen ist er für mich nur gelb. Er ist für 10 Millionen Stammspieler mehr als Lückenfüller. Würde ich da aber nicht draus machen. Manu Kone ist für mich schwierig momentan. Jetzt auf die ersten Spieltage gesehen, würde ich mich erst mal von ihm fernhalten. Er kann auch wechseln, hat jetzt eine Verletzung hinter sich oder ist noch da drin. Von daher würde ich mir den auch erst mal nicht holen. Neuhaus wird gesetzt sein, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass er jetzt endlich mal eine gute Saison spielen kann bei Gladbach und dass er mal verletzungsfrei bleibt und sich da durchzocken kann. Wenn der auf der 10 spielt, könnte er einigen Spaß machen. Und für 10 Millionen ist das auf jeden Fall ein Spieler, den ich mir persönlich ins Team holen würde, weil ich ihn da erst mal als Gesetz ansehe. Selbes gilt für Honorar und Player. Man hat einfach auch keine anderen Möglichkeiten. Und dadurch, dass sie Stammspielen und Gladbach eigentlich immer eine okaye Saison spielt, sind es für mich beides Kaufempfehlungen. Vor allem, weil Honorar auch ein guter Spieler war in der League-Auhr letzte Saison, hatte da mal gute Noten. Und von daher denke ich mal, ja, selbes gilt für Player. Der ist so ein bisschen Licht und Schatten. Aber ich denke mal, auch er kann, wenn er immer spielt, auf jeden Fall Impact und Punkte bringen. Ist auch immer gut für einen Assist, auch wenn er auf dem Flügel spielt. Schwarankara ist für mich schwierig. Ich weiß, dass er nur 10 Millionen kostet und für 10 Millionen ist das eigentlich relativ okay. Mit dem Geld möchte ich euch aber eigentlich auch eher nur sagen, dass ich persönlich ihn nicht doll overpayen würde. Ja, für mich haben die, mich überzeugt das nicht so wirklich. Also ich glaube, dass Gladbach eine Nummer zu hoch für ihn ist und ich würde ihn ganz unten irgendwo im Bundesliga-Niveau sehen. Also, ja, ist für mich schwierig. Also ist für mich eher oberes Zweitliga-Niveau. Von den Stats her in der tschechischen Liga hat er ja seine 13, 14 Tore, glaube ich, gemacht. Aber das überzeugt mich jetzt nicht so ganz. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich den nicht overpayen würde und da jetzt nicht wirklich viel Hoffnung drauf setzen würde. Kann sein, dass er am Ende bei 8 bis 10 Toren steht. Aber ich sehe dann vielleicht auch nicht die Rohpunkte, um den für immer für über 10 Millionen zu kaufen. Ich bin mal gespannt, wie er sich einlebt. Ich stelle es mir eher schwierig vor für einen Spieler, der vorher noch nicht auf dem Niveau gespielt hat. Und ja, mehr möchte ich mit dem Gelb da auch nicht eigentlich zu sagen. Kommen wir zur vorletzten Mannschaft für heute. Das ist Mainz. Zentner wurde von mir schon oft genug gelobt. Ist ein guter Toy Town, auf jeden Fall sein Geldwert. Hansche Olsen ist der Beste von den Rohpunktern hinten drin. Fernandes ist mittlerweile, hat sich in den letzten Spielen der letzten Saison auf jeden Fall als schlechter Rohpunkter erwiesen. Er hatte eine gute Phase, aber würde ich mich nicht darauf verlassen, würde ich mir eher nicht holen. Hat da Spiele gemacht, wo er jetzt teilweise 20, 30 Punkte immer nur gemacht hat. Ja, Bell. Bin ich mal gespannt. Würde ich erstmal ja, nur als Lückenfüller einplanen und nicht als feste Säule in der Verteidigung, weil er einfach noch mit Vandenberg um den Platz konkurriert. Ich bin da nicht so drin, hat letzte Saison viel gespielt. Ist aber auch von den Rohpunkten her nochmal ein bisschen hinter Hansche Olsen. Von daher nur gelb. im Mittelfeld dann alle gelb, um zu Barrero und Cor zu kommen. Ich hätte lieber Barrero im Team, wenn er spielt, weil er für mich attraktiver ist und mehr nach vorne macht. Allerdings ist er rotationsgefährdeter, deswegen ist er gelb. Damit hätten wir das zu Cor auch schon gesagt. Ist ein defensiver Spieler, ist gesetzt. Ja, macht Punkte, aber jetzt keine überragenden. Selbes gilt für Cassie, wobei der echt eine starke Phase so um die Winterpause nach der Winterpause hat und von daher muss ich ihn einfach gelb machen, weil er auf jeden Fall ein Spieler ist, da ich auch mal in zwei, drei Spielen auf jeden Fall über 80, 90 Punkte machen kann. Ja, Wittmer fand ich unabhängig davon, dass er jetzt sowieso gerade noch verletzt ist in der letzten Saison am Ende echt nicht mehr so gut und von dem würde ich mich erstmal fernhalten. Der macht keine guten Rohpunkte und da ist Cassie auf jeden Fall nochmal offensiv gefährlicher. Liegt vielleicht auch daran, dass Wittmer sich dann eher defensiv fallen lässt und Cassie ein bisschen mehr nach vorne prescht. Zu Onisivo, ganz kurz muss ich dazu sagen, der ist auf jeden Fall keine Kaufempfehlung, er ist für mich okay, ich würde Onisivo nicht overpayen, er ist für mich meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Spieler, der durch ein Tor immer mal für ein Tor gut ist, aber ja, er hat einfach bewiesen, dass auch er kein guter Punkt da ist vorne, kein guter Rohpunkter und der ist mir einfach zu teuer für einen Mainstürmer, der ich glaube 13 Millionen kostet, würde ich mir eher Ayork holen, der auf jeden Fall torgefährlich ist und das bewiesen hat und der ist ein eiskalter Strafraumstürmer, der wird seine Hütten machen, der wird bestimmt wieder 10 Hütten machen die Saison und da würde ich zum Beispiel auch eher drauf gehen als Quarankara, auch wenn man denkt, oh Gladbach, aber ich traue Gladbach zum Beispiel auch nicht so viel zu, wie jetzt zum Beispiel in einem Ayork, dem ich auf jeden Fall die 10 Hütten mindestens zutraue, zu Lee sei gesagt, dass er mit Stach konkurriert, ich würde beide nicht holen, Lee ist für mich zwar torgefährlich, aber ich mag Spieler nicht am Anfang der Saison die 10 Millionen kosten und bei denen man sich nicht sicher ist, startet er oder sitzt er auf der Bank und dadurch würde ich mich von Lee erstmal fernhalten und den nur aufstellen, wenn ich es einsehen kann, dann ist er aber auf jeden Fall eine gute Option. So kommen wir zum letzten, oh wir kommen noch zum vorletzten Team erst, was ist denn heute los, ich rede aber ziemlich lange um den heißen Brei. Castells ist keine Kaufempfehlung für mich, er ist eine, ja, er ist so lala, ist relativ teuer, fährt einen 100er Schnitt, da gibt es auf jeden Fall andere Keeper, zum Beispiel einen Centner, der auf jeden Fall günstiger ist. Baku keine Kaufempfehlung für mich, meiner Meinung nach einfach leider zu teuer und außerdem weiß ich nicht, ob er vielleicht noch wechselt, ich würde mich erstmal von dem fernhalten, ja, ich glaube 18 Millionen kostet der Mann, ist mir zu happig. Lacroix konkurriert noch mit, ja, mit Borno und mit Fandefenn um den Platz, meiner Meinung nach, würde ich mich erstmal von fernhalten, zumal Lacroix auch gerade die Vorbereitung noch nicht mitmacht und kein Go für Einsätze hat, ist das erstmal schwierig. Jens sich als Gesetz da hinten hat mir gut gefallen letzte Saison, bei Schalke für 10 Millionen und auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, weil er auch gute Rohpunkte in Kickbase macht. Ja, kommen wir zu Arnold, definitiv eine Kaufempfehlung, wird immer seinen 100er Schnitt machen, da wisst ihr, was ihr kriegt für 28 Millionen, der hat vor allem zum Ende der Saison echt gezeigt, dass er ein super Kickbase-Spieler ist und, ja, macht immer gute Punkte, er ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Wolfsburg und deswegen eine Kaufempfehlung. Svanbeck ist für mich relativ gut, ich finde den Bundesliga-technisch auf jeden Fall einen richtig guten Achter, der macht Spaß beim Zuschauen, hat Torgefahr und leitet auch viele Aktionen ein, allerdings in Kickbase spiegelt sich das nicht wirklich wider, ist kein sonderlich guter Rohpunkte und von daher nur gelb und Gerhard ist, er punktet übertrieben beschissen, was die Rohpunkte angeht und ist nicht mal gesetzt, von daher, ja, ich denke mal, Wolfsburg wird noch wen holen auf der Acht und ich würde mich von Gerhard fest, ja, ganz fest fernhalten, also ich persönlich finde die Rohpunkte nicht gut von ihm und deswegen keine Kaufempfehlung. Ja, jetzt kommen wir zu einigen Optionen und zwar könnte man auch Wimmer auf die Acht ziehen und dann mit Kaminski und Czerny spielen, ich persönlich gehe aber erstmal davon aus, dass Wimmer auf jeden Fall Gesetz ist und deswegen eine Kaufempfehlung ist, weil er auch ein Dribbelstarker und ein Unterschiedsspieler ist. Czerny, denke ich mal, wird auch Gesetz sein, ich habe viel Gutes von ihm gehört, wir warten einfach mal die Testspiele ab, ich gehe erstmal davon aus, dass er spielen wird und zu in Matcha muss gesagt werden, dass er, wenn er fit ist, auf jeden Fall ein Spieler sein kann, der auf jeden Fall viele Tore schießt in der Saison und für 8 Millionen würde ich mir den zum Beispiel eher reinstellen als einen Onisivo oder ähnliche, ich denke mal, er hat die Nase, wenn er fit ist, auf jeden Fall vor Wind und das ist auf jeden Fall für mich schon mal ein Grund dafür, ihn zu holen, weil er bei Wolfsburg, denke ich mal, Stammspieler im Sturm sein wird. Natürlich ist Wind dahinter, wird seine Einsätze bekommen, aber ich rechne erstmal mit in Matcha am Sturm. So, und jetzt kommen wir zu Eintracht Frankfurt. Ja, ich habe da was Interessantes gelesen und zwar wollen die vielleicht in der nächsten Saison auch Viererkette spielen beziehungsweise der Trainer kann es nicht ausschließen. Das ist natürlich für uns interessant, weil dann einer der Innenverteidiger nicht mehr gesetzt ist und in dem Fall wäre das auf jeden Fall Tutor. Zumindest hat Tutor auch die Ansage bekommen vom Trainer, er soll sich mal ein bisschen straffen und das ist natürlich ein bisschen kritisch jetzt für alle, die den haben. Deswegen ist Tutor bei mir auch nur gelb. Zudem ist er auch mit 15 Millionen der teuerste. Kocht zwar ein bisschen günstiger noch, aber auch schon relativ teuer dafür, dass man ihn in der letzten Saison nicht hart spielen sehen, finde ich das schon happig. Deswegen ist Pacho bei mir auch grün, weil er der Linksfuß ist, also gesetzt ist, weil es keine andere Option gibt und zudem ist der Mann auch mit Abstand der günstigste. Von daher würde ich am ehesten mit ihm gehen. Tutor müsste auf dem Schirm haben, dass der ein bisschen der Wackelkandidat ist, aber ansonsten ich würde Koch mir auch holen, allerdings nicht overpayen. Bei Pacho finde ich es schon in Ordnung, vielleicht zwei Millionen drüber zu zahlen, weil er da auch noch hinsteigt. Kommen wir zu Buta und Max, würde ich beide nicht holen, zumindest jetzt nicht overpayen, kann man mal für den ersten Zeitenspieler aufstellen, aber ansonsten sind mir die einfach für das Preissegment auf jeden Fall viel zu Rohpunkte schwach. Sind zwei Spiele, die auch am besten mit Assists punkten und mit Toren und also am besten natürlich, aber die punkten auch ansonsten nicht wirklich gut. Da sind grüne Balken eher die Seltenheit und das finde ich für einen Verteidiger schon eigentlich relativ schwach und deswegen sind die für mich nur gelb. Dina und Ibimbo und Skiri sind auf jeden Fall beide grün, Dina und Ibimbo behalte ich richtig viel von. Der wird richtig gute Punkte machen meiner Meinung nach, wenn er erstmal sich eingespielt hat. Letzte Saison war er verletzt, also da erwarte ich einiges und bei Skiri, der wird auf jeden Fall seine Punkte machen, hat er ja letzte Saison und noch einige Tore geschossen, wenn er wieder annäherungsweise anders rankommt, dann wird er richtig geil und ja, für mich eine absolute Kaufempfehlung der Skiri. Ja, der wird der Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Frankfurt sein. Kommen wir zu Jesper Lindström und Mario Götze. Götze ist mir einfach zu teuer, ja, kommt auch über Torbeteiligung und da ist er jetzt nicht die Nummer 1 Ansprechperson, von daher würde ich den auch erstmal nicht kaufen. Ist auch zu teuer meiner Meinung nach für das Geld und Lindström, ja, ich persönlich denke, er wird vielleicht noch wechseln und außerdem ist er auch jemand, der am besten, ja, punktet, wenn er natürlich seine Tore macht. Ist gar kein Spieler für Rohpunkte, also guckt euch das mal an. Der hat sehr selten über 100 Punkte gemacht, wenn er kein Tor geschossen hat. Auch mit zu Null-Bonus kommt er da nicht drüber. Ist natürlich schwierig und, ja, man of the match in dem Team ist auf jeden Fall meistens Kolomuani, bester Spieler und, ja, für mich völlig zu Recht Blau. Ich denke, wenn er bleibt, ist das mit der beste Stürmer in der Bundesliga. Betonung auf wenn er bleibt. Naja, das war es auf jeden Fall zu Frankfurt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war mal wieder eine längere Episode. Ja, ich habe den letzten Teil hier jetzt auch nochmal separat aufgenommen, weil ich einen Fehler mit der Videodatei hatte. Sei es drum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da und schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr was anders seht und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, dass ich das aufnehmen kann. Ich bin ein bisschen krank, aber es wird schon klappen. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.